Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir bleiben weiter im Vorbereitungskurs auf das Zertifikat A1 beim Thema Haus und Wohnung. Wir richten unser Badezimmer neu ein. Was brauchen wir für unser Badezimmer? Nummer 1, wir brauchen eine große Badewanne. Nummer 2, wir brauchen ein doppeltes Waschbecken, also zwei Waschbecken nebeneinander. Nummer 3, INE ist immer Feminin, wir brauchen eine Duschkabine. Nummer 4, UNG ist immer Feminin, wir brauchen eine Halterung, für die Handtücher oder zwei Halterungen links und rechts für die Handtücher. Dann Nummer 5, schöner Duschvorhang, er ist maskulin, also wir wollen einen schönen Duschvorhang im Badezimmer haben. Und Nummer 6, wir brauchen einen Badeschrank mit großem Spiegel. Dann sind wir perfekt eingerichtet. Dankeschön. Dankeschön.